So Leute, in diesem Video gibt es richtig kranke News und zwar wird es wahrscheinlich ein Gerät und zwar das hier bald, mehr oder weniger bald, in Kontaktlinsen geben. Meiner Meinung nach eine der krassesten Sachen, die ich seit langem gehört habe und in diesem Video werde ich euch mehr Infos dazu geben. Also, danke, dass du gut geworfen hast. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du mich damit triffst. Los geht's. So, jetzt müssen wir uns einmal kurz erholen. Fangen wir von vorne an. Kommen wir zunächst zu einem Rekord von Amazon, der gebrochen wurde. Und zwar in den Prime Days. Die Prime Days sind ja zwei Tage, wo richtig viele Sachen auf Amazon günstiger angeboten werden. Und dabei gibt es Angebote wie zum Beispiel die Echo Dots, die teilweise von 60, 70 Euro auf 20 oder weniger Euro runtergesetzt werden. Der Echo Pop, das neue Produkt von Amazon, hat zum Beispiel 17 Euro gekostet. Da kann man sich wirklich gar nicht beschweren beim Preis. Also, wenn man sowas noch nicht hat, ist da wirklich ein genialer Zeitpunkt, um zuzuschlagen. In den zwei Tagen wurden insgesamt 2,5 Milliarden Euro eingespart. Das heißt, von den ganzen Produkten, die vergünstigt angeboten wurden. Amazon hat dabei 375 Millionen Artikel verkauft. In zwei Tagen. Und schafft somit den stärksten Tag in deren Geschichte. Prime Days sind schon ziemlich zu empfehlen, muss ich sagen. Ich persönlich habe meistens Sachen aus meiner Merkliste und sehe dann, wenn sie im Prime Day günstiger angeboten werden. Und schlange dann meistens auch zu, weil ich sie mir ja sowieso holen wollte. Google Bart ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Das ist ein Sprachassistent von Google, aber nicht nur Sprachassistent, sondern ein sehr komplexes KI-Sprachmodell, wie zum Beispiel auch ChatGPT. Also eigentlich könnt ihr euch das vorstellen, genau wie ChatGPT, nur von Google. Und das hatte ich schon vor einigen Wochen in News berichtet. Ab sofort kann man das auch in Deutschland nutzen. Ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung. Ihr könnt das mal ausprobieren und damit rumspielen. Ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Fühlt sich, wie gesagt, eigentlich an wie ChatGPT, nur von Google. Ihr könnt Fragen stellen, Code erstellen lassen, Sachen vorlesen lassen. Das Ganze steckt noch in der Beta, das ist sozusagen ein Experiment von Google. Und wie bei ChatGPT sind die Chats, sage ich mal, also die Unterhaltung mit dem Assistenten, seitlich links angeordnet, sodass sie immer wieder drauf zugreifen können. Ich habe mir auch mal den Spaß erlaubt, Google zu fragen, was besser ist, ChatGPT oder Bart, und habe eine Antwort bekommen, die ich nicht erwartet habe. Also ChatGPT bekommt auf jeden Fall Props von Google. Finde ich schon eine coole Aktion. Samsung verschiebt ihre Extended Reality Brille. Das ist echt krass. Und Samsung hat auch eine Brille geplant, so ähnlich wie Apple. Aber nachdem sie gesehen haben, was Apple mit der Apple Vision Pro auf den Markt bringen wollen, waren sie laut internen Quellen so geschockt davon, dass sie ihre Pläne, was das Headset angeht, definitiv nochmal überdenken mussten. Das ist schon krass, muss man sagen. Ich stelle mir so vor, wie die da saßen und sich das angeguckt haben und fast geweint haben. Und man muss ja auch sagen, wenn die Vision Pro so sein wird wie in einem Trailer, dann wird sie wirklich ziemlich krass sein. Und Samsung will auch nachziehen. Sie wollen ja jetzt nicht viel schlechter sein. Und deshalb werden sie jetzt noch ein bisschen damit warten. Ab dem 20. Juli ist der Dyson Zone in Deutschland erhältlich. Der Dyson Zone sieht so aus und ist ein Produkt, was sehr umstritten ist in der Szene. Es ist ein Kopfhörer mit Luftfilter integriert. Also es soll euch vor Luftverschmutzung schützen, während ihr draußen seid und Musik hört. Dabei unterstützt die Kopfhörer die neuesten Technologien, was Kopfhörer angeht. Und haben halt gleichzeitig den Vorteil, dass ihr frische Luft durch diese komische Maske in eurem Mund bekommt. Das Ganze soll etwa 950 Euro kosten. Sehr viel Geld. Ich werde demnächst ein Video zu diesen Kopfhörern machen. Und euch mal zeigen, ob man sie sich kaufen sollte oder nicht. Leute, macht euch gefasst und tragt es euch in eurem Kalender ein. Dieses Jahr, am 20. September, findet das neue Amazon Hardware Event statt. Das heißt, wir bekommen wieder neue Produkte. Endlich. Ich bin einfach echt gespannt, denn eins ist klar. Amazon versucht immer verschiedene Sachen. Sie machen viele Experimente. Und ich bin gespannt, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Astro? Und mit anderen Geräten, wie mit dieser komischen Drohne? Vielleicht kommen auch noch ganz neue Produkte hinzu. Schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich euch selbstverständlich berichten, was es da Neues gibt. Nächste News. Ich muss mich zurücklehnen. Also ich war ja nie ein Riesenfan von Kontaktlinsen. Aber Leute, ich will welche haben. Zumindest wenn sie so sein werden. Denn die Spezialisten für Kontaktlinsen namens Mojo Vision arbeiten gerade an einer Technologie, wo sie Alexa-Befehle und Listen in die Kontaktlinsen rein projizieren können. Und ihr das dann sozusagen sehen könnt. Momentan fangen sie sehr klein an und zwar mit Einkaufslisten. Ihr könnt diese Kontaktlinsen in euer Auge machen und dann Sachen in eure Einkaufsliste hinzufügen und sie sehen. Ihr könnt auch scrollen mit euren Augen. Wie genau das Ganze funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass sie daran arbeiten. Außerdem könnt ihr auch Sachen abhaken aus eurer Liste. Und wisst ihr, was das Beste an der Sache ist? Das ist nicht einfach nur irgendwas, was ich euch erzähle und es eh nicht passieren wird. Dieses Unternehmen wird von Amazon dabei unterstützt. Und hier sehen wir das Zitat. Also Amazon möchte wirklich, dass die das durchziehen und unterstützt sie dabei. Also mehr Support kann man ja wirklich nicht kriegen. Das heißt, wie es aussieht, wird es wirklich langsam so weit, dass wir in den Kontaktlinsen solche Sprachassistenten verbauen werden. Zumindest sind wir da in den Babyschuhen. Also man sieht, Amazon hat Bock. Und ich auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das gut finde, dass wir irgendwann so futuristisch werden, aber rein technisch finde ich das schon cool. Also ich glaube, am Anfang wird das wirklich eine Katastrophe sein. Aber so ist es halt mit jeder neuen Technologie. Wie macht ihr eigentlich eure Bankgeschäfte? Übers Handy? Über den Computer? Vielleicht bald über den Namen, den man nicht sagen darf? Klingt unlogisch, ist es aber nicht. Denn in Amerika findet das bereits statt. Dort kann man über den Sprachassistenten bestimmte Informationen abfragen. In Deutschland ist die Nachfrage nach dieser Funktion aber noch nicht so hoch, was ich verstehen kann. Aber schon heute bieten einige Sparkassen dieses Feature an. Aber wie gesagt, nur einige. Meine beispielsweise nicht. Ihr könnt den Kontostand abfragen, Geldeingänge abfragen und euch über Abbuchungen informieren lassen. Außerdem könnt ihr Geld an Freunde und Bekannte senden. Das Ganze funktioniert allerdings nicht nur mit dem Gerät, sondern auch mit der Push-Tan-App. Das ist halt noch das Sicherheitsfeature. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann so weit ist, dass das Gerät eure Stimme wirklich perfekt erkennt und das sozusagen dann wie Face-ID funktioniert, dass ihr einfach Überweisungen machen könnt. Und ich muss sagen, da bin ich tatsächlich raus. Das Feature würde ich nicht nutzen, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich würde vielleicht ein bisschen damit rumspielen, um euch das zu zeigen. Aber irgendwo ist dann auch die Grenze, auch wenn ich auf dieses ganze Smart Home gedönnt stehe. Aber meine Überweisungen müssen nicht auf den Assistenten. Ja Freunde, das waren die News der heutigen Woche. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zu diesen Kontaktlinsen? Würdet ihr Kontaktlinsen tragen, wenn sie dieses Feature hätten? Oder halt einige mehr Features. Könnte schon eine coole Sache sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.